Tödlicher Cocktail – ein Fall für Patrick Reich Ein Krimi zum Deutsch lernen Vorwort Eifersucht, Konkurrenzneid, Lügen, Verrat einer Freundschaft und ein schrecklicher Irrtum sind die Elemente, die zu einem tödlichen Cocktail führen. Die Hauptpersonen der Geschichte sind Kaspar Tisip, kommt aus Mali. Er ist ein erfolgreicher Künstler. Venus Tisip, Italienerin und Modell des Künstlers, Ehefrau von Kaspar. Ist sie Opfer oder Täterin? Cassio Caste, Italiener, Galerist. Er weiß nicht, was um ihn herum geschieht. Barbara Caste, deutsche Ehefrau von Cassio. Welches Geheimnis verbirgt sie? Timo Beil, Galerist und Freund von Kaspar. Wirklich? Patrick Reich, Privatdetektiv. Kann er Barbara noch helfen? Richard Tauber, Kriminalhauptkommissar. Freund von Patrick. Ort und Zeit der Handlung? Kassel, Ende Mai. Kapitel 1 Ende Mai. Es ist herrliches Wetter in Kassel. Für die Jahreszeit ist es ungewöhnlich warm. Die wichtigste Ausstellung moderner Kunst, die Documenta, wird in drei Wochen eröffnet. Aus aller Welt sind Künstler eingeladen, ihre Werke zu zeigen. Vor der Orangerie in der Karlsaue steht die große Ausstellungshalle. Männer tragen aus Lastwagen verpackte Kunstwerke in die Halle. Künstler sind mit dem Aufbau ihrer Werke beschäftigt. Die ersten Fernsehteams sind zu sehen. Die Kunstwelt wartet mit großer Spannung auf die Eröffnung. Auch ein 1,80 Meter großer, schlanker Künstler im weißen Designeranzug mit einem roten Schal ist eingeladen. Mit seinem langen, vollen Haar und seinen lebhaften, braunen Augen fällt er auf. Er hat es geschafft. Er stellt auf der Documenta aus. Er heißt Kaspar Tisip. Vor 20 Jahren kam er nach Kassel, um an der Kunstakademie zu studieren. Eigentlich wollte er vier Semester bleiben. Aus vier Semestern wurden viele Jahre. Seine Frau Venus sitzt auf einem Stuhl und beobachtet ihn. Als sie sich kennenlernten, war Venus anders. Sie war für Kaspar der Himmel auf Erden. Sie kam aus einer guten Familie, sah gut aus und hatte Geld. Sie arbeitete in der Pizzeria ihres Vaters und war immer freundlich. Er kam aus Mali, hatte in Deutschland keine Familie, kein Geld und keine Arbeit. Er hatte nur ein Stipendium für die Kunstakademie in Kassel und bewohnte ein kleines Zimmer. Wenn er Zeit und etwas Geld hatte, ging Kaspar in die Pizzeria Venus, in der die Tochter des Besitzers arbeitete. Kaspar zeichnete sie heimlich. Aus den Zeichnungen wurden Bilder. Eines Tages fragte er sie, ob sie nicht für ihn Modell stehen könnte. Venus war bereit und Kaspar begeistert. Sie wurde sein Modell. Obwohl er zehn Jahre älter ist, haben die beiden eine Beziehung begonnen. Sie war 18 und er 28. Jetzt, zwölf Jahre später, sind sie verheiratet. Kaspar kann sich ein Leben ohne Venus nicht vorstellen. Sie ist seine Muse. Ohne sie kann er nicht arbeiten. Venus weiß das. Da Venus und Kaspar keine Kinder haben, kümmert sie sich nur um sich selbst. Sie liebt Kinder. Es hat aber nicht geklappt. Sie ist enttäuscht. Venus liebt ihren Mann. Doch sie zeigt ihre Liebe nicht mehr. Kaspar leidet darunter. Kapitel 2 Barbara Kaste ist glücklich. Vielen Dank für die wunderschönen Rosen. Sie umarmt ihren Mann. Sie küsst ihn auf die Stirn, auf den Mund. Barbara liebt ihren Mann wie am ersten Tag. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie haben sich auf einer Semesterfete in der Kunstakademie kennengelernt. Kaspar kommt aus Italien. Als sie sich kennenlernten, war er schlank. Jetzt hat er einen kleinen Bauch, den Barbara süß findet. Wie auch seine kurzen, schwarzen Haare. Auffällig ist die Stimme von Cassio. Sie klingt nicht nur für Barbara erotisch. Cassio trägt am linken Mittelfinger einen großen Siegelring. Er streckt manchmal den Arm aus, um seinen Ring anzusehen. Barbara ist genauso groß wie ihr Mann. Ein Meter fünfundsiebzig. Sie hat grüne Augen und blondes Haar. Sie trägt eine braunrote Kette aus Holz und manchmal ein grünes Halstuch. Barbara liebt alles, was natürlich ist. Nur selten benutzt sie einen Lippenstift. Aber sag mal, warum bringst du mir heute Blumen mit? Habe ich ein wichtiges Datum vergessen? Unser Hochzeitstag ist doch erst im September. Du bist der Grundliebling. Also, weißt du, er beginnt zu stottern. Oder willst du etwas wiedergutmachen? Fragt Barbara. Beide schweigen. Ich habe dich übrigens heute Mittag in der Stadt gesehen. Du standest vor der Dokumentahalle mit einer rothaarigen Frau zusammen. Sie war kleiner als du. So wie es aussah, hattet ihr ein interessantes Gespräch. Wer ist diese Frau? Stellt sie auch Bilder aus? Oder ist sie eine Kollegin von dir? Kenne ich sie vielleicht? Ohne eine Antwort abzuwarten, geht Barbara in die Küche und kommt mit einem Glas Rotwein zurück. Du hast meine Fragen verstanden. Ungeduldig blickt sie ihren Mann an. Cassio hat sich auf die Couch gesetzt. Die Rosen liegen immer noch vor ihm auf einem kleinen Tisch. Soll ich die Blumen in eine Vase stellen, Liebling? Ja, aber zuerst möchte ich wissen, wer die Frau ist, mit der du gesprochen hast. Ich habe heute mit mehreren Frauen gesprochen. Rote Haare? Nach einer kleinen Pause sagt Cassio. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Es halten sich so viele Leute vor der Dokumentahalle auf. Beim besten Willen. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, mit wem ich gesprochen habe. Ich möchte dich schon jetzt informieren. Morgen Abend habe ich einen wichtigen Geschäftstermin. Ich treffe mich mit einem Kunden. Kunde oder Kundin? Vielleicht mit der von heute Mittag? In den letzten Tagen hat das Telefon oft geklingelt. Jedes Mal, wenn ich ans Telefon gegangen bin, hat die Person aufgelegt. Kannst du mir das erklären? Nein, natürlich nicht. Ich treffe mich morgen außerdem mit Kasper. Er will mich dringend sprechen. Barbara nimmt Cassio in ihre Arme. Mit leiser, aber fester Stimme sagt sie. Cassio, ich liebe dich. Du bist mein Leben. Das darfst du nie vergessen. Sollte ich... Das Summen von Cassios Handy unterbricht, Barbara. Ich rufe später zurück, sagt Cassio nervös. Kapitel 3 Die Kirschbäume blühen. Das Stadtcafé in der Treppenstraße ist gut besucht. Ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Ungeduldig sieht Kasper auf die Uhr. Es ist Viertel nach zwei. Er wartet nun seit einer halben Stunde. Cassio ist immer noch nicht da. Italiener, denkt er. Für sie sind Uhrzeiten Richtzeiten. Eine halbe Stunde mehr oder weniger macht für sie keinen Unterschied. Cassio kommt um die Ecke. Er nimmt auf dem Stuhl Kasper gegenüber Platz. Hallo, Kasper. Entschuldige die Verspätung. Ich hoffe, du hast nicht zu lange gewartet. Kasper blickt ihn an. Nein, eine halbe Stunde geht gerade noch. Ich habe mir schon etwas bestellt. Cassio erzählt. Ich habe mir über deine Werke Gedanken gemacht. Wir müssen etwas Neues finden. Die Pizzeria, die deine Frau hat, verbinden wir mit der Galerie. Das heißt, wir machen eine Tür zwischen Pizzeria und Galerie. Und so haben wir Kunst und Gastronomie zusammen. Kasper nickt. Cassio fährt fort. Wir sollten die Ausstellung unter das Thema Kunst in Bewegung stellen. Venus eröffnet die Ausstellung. So eine schöne Frau zieht das Publikum an. Kasper ist nicht einverstanden. Ich bin der Künstler. Ich stehe im Vordergrund, nicht Venus. Ich habe keine Lust mehr auf Cocktailpartys, wo sich jeder langweilt. Deshalb will ich auch weg von Timo Beil. Er will nichts Neues wagen. Ich dachte, du bist kreativer. Ich will Kunst, die lebt. Das ist mein Ziel. Klasse. So denke ich auch. Wunderbar. Ich habe schon eine Idee. Welche? Fragt Kasper. Cassio erklärt seine Pläne. Kasper hört zufrieden zu. Das ist genau das Richtige. So etwas gab es noch nie. Er winkt die Bedienung zu sich und bestellt zwei Glas Champagner. Kapitel 4 Guten Morgen, Kasper. Wie laufen die Vorbereitungen für die Dokumenta? Darf ich dich zu einer Tasse Kaffee einladen? Lieb von dir, Timo. Tut mir leid, aber ich bin momentan total im Stress. Heute Abend passt es mir besser. Kasper hat vor einem Gespräch mit Timo Angst. Wie soll er ihm sagen, dass er die künstlerische und finanzielle Zusammenarbeit mit ihm beenden möchte? Als Kasper sein Studium an der Kunstakademie begann, lernte er Timo kennen. Er ist etwas kleiner als Kasper und hat helle, glatte Haare. Er sieht sportlich aus und bewegt sich elegant. Er lächelt immer. Er hat im rechten Ohr einen kleinen goldenen Ring. Timo spricht sehr gut Französisch. Er war am Anfang für Kasper eine große Hilfe. Nächtelang haben sie in Timos Junggesellenwohnung über Gott und die Welt diskutiert, über Kunst, Musik, Theater und über den Wunsch von Timo, eine eigene Galerie zu besitzen. Kasper hielt sich gerne in der Wohnung seines zwei Jahre älteren Freundes auf. Besonders gut verstand er sich mit Da Vinci, einem wunderschönen rotbraunen Kater, den Timo aus dem Tierheim geholt hatte. Kasper fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Er hat das Gefühl, dass er seit einigen Jahren in seiner Arbeit keine Fortschritte mehr macht. Gerade die Gespräche mit ausländischen Künstlern machten ihm deutlich, du musst nach neuen Wegen, neuen Möglichkeiten suchen, dich erneuern, in eine andere Stadt ziehen. Routine kann tödlich sein. Es fällt Kasper schwer, Timo in die Augen zu sehen. Er sieht an ihm vorbei. Die beiden Männer schweigen. Timo wird ungeduldig. Irgendetwas stimmt nicht. Kasper ist anders als sonst. Timo, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dir sagen… Kasper schwitzt. Mit einem Taschentuch wischt er ein paar Schweißperlen von seiner Stirn. Timo ist ratlos. Was hat das alles zu bedeuten? Was will ihm Kasper sagen? Schon seit mehreren Tagen hat Timo den Eindruck, dass Kasper sich ihm gegenüber merkwürdig verhält. Bis heute hat er geglaubt, dass der Grund dafür die Vorbereitungen für die Kunstausstellung seien. Fragend blickt er Kasper an. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren zusammen. Eine lange Zeit. Wir kennen uns gut. Vielleicht zu gut. Timo, ich habe die Absicht, in Zukunft mit einem anderen Galeristen zu arbeiten. So, jetzt ist es heraus. Timo wird weiß im Gesicht. Tausend Gedanken gehen durch seinen Kopf. Er kann… Er will nicht glauben, dass sein Freund ihn einfach so fallen lässt. Ein Wort nimmt Besitz von Timo. Rache. Kapitel 5 Schön, dich wiederzusehen, Timo, sagt Barbara. Sie stehen Schlange beim neuen Bäcker Thiele in der Kurfürstengalerie. Sie nimmt einen Kuchen, zahlt und setzt sich an einen Tisch. Timo Beil mit einem Kaffee in der Hand setzt sich zu ihr. Ich freue mich auch, dich zu sehen, sagt er. Wie läuft deine Galerie? Hast du viele Kunden so direkt vor der Dokumente? fragt Barbara. Ich bin zufrieden, danke. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Dafür habe ich deinen Mann und Venus ein paar Mal im Alex gesehen. Venus ist eine Schönheit. Cassio? fragt Barbara erstaunt. Mit Venus zusammen in der Brasserie? Entschuldige, hast du das nicht gewusst? Vor zwei Wochen sah ich von weitem Venus Tisip auf dem Friedrichsplatz. Ich wollte sie begrüßen, doch sie bemerkte mich nicht. Ich sah, wie sie in die Brasserie ging und sich zu deinem Mann setzte. Zu Cassio? Die Frau von Casper? Die Frau des Künstlers Casper zu meinem Mann? Barbara ist entsetzt. Ja, ich konnte nicht verstehen, was sie sagten. Cassio und Venus unterhielten sich angeregt auf Italienisch. Gestern wollte ich mir die Galerie von Cassio ansehen. Durch die Glasscheiben sah ich sie wieder. Cassio und Venus. Sie standen nah beieinander. Bevor sie gingen, gaben sie sich Küsschen. Barbara sitzt wie versteinert da. Ihren Kuchen hat sie nicht angerührt. Timo lächelt selbst zufrieden. Nein, du musst dich irren. Du kannst meinen Mann nicht gesehen haben. Er ist mit der Dokumenta zu sehr beschäftigt. Die Frau war nicht... Seine Schwester? Barbara ist verzweifelt. Ich habe mich vielleicht geirrt. Ich kenne seine Schwester nicht. Auf jeden Fall sah die Frau fantastisch aus. Sie haben viel gelacht. Naja, du kennst ja die Italiener. Ich kenne sie sehr gut. Barbara sieht Timo an. Ich muss gehen. Meine Mittagspause ist gleich vorbei. Ein Chemiekonzern ohne die leitende Ingenieurin ist nicht so gut. Danke für das Gespräch. Tschüss, Timo. Na warte, Venus, Göttin der Schönheit und der Liebe. Du wirst schon sehen. Barbara hat einen festen Entschluss gefasst. Rache. Hektisch läuft sie die Königstraße hinunter. Timo triumphiert. Sein böses Spiel war leichter, als er gedacht hatte. Gut, dass Barbara so eifersüchtig ist. Kapitel 6 Barbara hat Durst. Sie geht in die Küche. Aus dem Kühlschrank nimmt sie eine Flasche mit Orangensaft. Mit einem Glas geht sie ins Wohnzimmer. Sie schaltet den Fernseher an, nimmt ein Buch in die Hand, blättert darin herum. Sie lässt das Buch fallen, will Orangensaft trinken. Das Glas ist leer. Barbara stellt den Fernseher ab, legt eine CD in den CD-Player. Sie geht in die Küche zurück, öffnet den Kühlschrank und findet die Flasche mit Orangensaft nicht mehr. Barbara blickt um sich. Sie hat das Gefühl, in einer fremden Küche zu sein. Barbara ist durcheinander. Sie geht ins Schlafzimmer. Sie sucht im Kleiderschrank einen Schal. Aus dem Schrank kommt ein Geruch, den sie nicht kennt. Barbara setzt sich auf das Bett. Nach einer Weile steht sie auf und nimmt einen Anzug von Cassio aus dem Schrank. Der Anzug riecht nach einem fremden Parfum. Leicht süß mit dem Duft frischer Zitronen. Aus dem Wohnzimmer hört sie Musik. Die CD hatte sie vor drei Monaten ihrem Mann als Erinnerung an einen besonders schönen Abend geschenkt, den sie in Italien verbracht hatten. Das alles ist zu viel für Barbara. Ist die Geschichte wahr, die ihr Timo erzählt hat? Hat Cassio eine Affäre mit Venus? Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Das fremde Parfum, die häufigen Besuche von Cassio bei Kasper, die Telefonate. Barbara fühlt sich schlecht, deprimiert. Sie ist unglücklich. Ihr Unglück hat einen Namen. Venus. Sie ruft ihre Freundin Petra von der Aue an. Kann ich dich so bald wie möglich treffen? Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Klar. In einer Stunde bei mir? Barbara erzählt Petra von ihrem bösen Verdacht. Petra sieht ihre Freundin an. Barbara, ich sehe, wie du dich kaputt machst mit all den Fragen, die du dir stellst. Lange kannst du so nicht weitermachen. Ich rate dir dringend, einen Privatdetektiv zu engagieren. Ich kenne einen, der mir auch schon in einer ähnlichen Situation geholfen hat. Er heißt Patrick Reich. Warte einen Augenblick. Ich hole seine Telefonnummer. Kapitel 7 Barbara ruft Patrick Reich an. Sie vereinbaren einen Termin. Zwei Stunden später besucht Barbara den Privatdetektiv in seinem Büro. Patrick Reich ist genau so, wie ihn Petra beschrieben hat. Ein gutaussehender Mann mit Fliege, kurzem blondem Schnurrbart, Anfang 30. Patrick verspricht Barbara zu helfen. Erleichtert verlässt sie nach einer Stunde das Büro. Drei Tage später. Es ist warm. Vor der Orangerie in der Karlsauer haben sich Gäste zu einer Cocktailparty zusammengefunden. Die Sonne geht allmählich unter. Schatten sehen bizarr aus. Patrick Reich genießt die Stimmung. Barbara steht neben ihm. Venus und Kasper halten ein Cocktailglas in der Hand. Venus berührt ihren Mann und sagt ihm etwas ins Ohr. Instinktiv konzentriert sich der Privatdetektiv auf Kasper Tisip. Irgendwas stimmt nicht. Kasper fasst sich mit der linken Hand an den Hals. Er will sprechen. Kein Ton kommt über seine Lippen. Die Farbe seines Gesichts verändert sich. Das Cocktailglas fällt auf den Boden. Kasper kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Er verliert das Gleichgewicht. Leblos liegt er in seinem weißen Designeranzug auf dem Rasen. Neben ihm der rote Schal. Patrick reagiert sofort. Er ruft den Rettungsdienst an. Fünf Minuten später ist der Notarzt da. Die Gäste der Cocktailparty stehen in einem Kreis um Kasper herum. Sie stehen unter Schock. Der Arzt kniet neben Kasper und untersucht ihn. Er blickt auf die Gäste. Ist ein Angehöriger des Patienten hier anwesend? Alle sehen Venus an. Bleich und mit großen, ungläubigen Augen starrt sie auf den Arzt. Ich bin seine Frau. Es tut mir sehr leid. Ich kann nichts mehr für ihren Mann tun. Ich glaube nicht, dass ihr Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Patrick Reich hat aufmerksam zugehört. Er nimmt sein Handy aus der Tasche und ruft seinen Freund Richard, den Kriminalhauptkommissar, an. Cassio nimmt Venus in seine Arme. Barbara wirft den beiden wütende Blicke zu. Sie sagt nichts. Noch nicht. Kapitel 8 Nett von dir, dass du mich anrufst. Liegen schon Ergebnisse von der Obduktion vor? Ja, antwortet Richard. Beide kennen sich schon lange und helfen sich gegenseitig. Ich höre, sagt Patrick. Er nimmt eine Zigarette. Er steckt sie in den Mund. Er sieht auf seinem Schreibtisch das Foto seiner Freundin Konstanze. Sie hat ihrem Freund das Rauchen verboten. Einen Augenblick kämpft Patrick mit sich. Dann legt er die Zigarette zurück. Kasper Tisip ist an einer Vergiftung gestorben. Das Gift konnte sowohl in seinem Magen wie auch in dem Cocktailglas nachgewiesen werden. Das Labor untersucht noch, um welches Gift es sich genau handelt. In zwei Tagen wissen wir mehr. Patrick bedankt sich für die Informationen. Was hast du jetzt vor, Richard? Naja, ich werde wohl mit der Frau des Toten, mit Cassio Kaste, Barbara Kaste und Timo Ball reden. Ich habe sie für heute Nachmittag vorgeladen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Tschüss. Nachmittags, 15.30 Uhr, im Büro des Kommissars. Frau Tisip, ich möchte Ihnen zuerst mein Mitgefühl aussprechen. Haben Sie trotz Ihrer Trauer die Kraft, einige Fragen zu beantworten? Frau Tisip weint leise. Ihre Augen sind rot. Alle Hinweise sprechen dafür, dass Ihr Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Hatte Ihr Mann Feinde? Venus Tisip schüttelt den Kopf. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich nicht? Nun ja, die Konkurrenz unter den Künstlern ist groß. Mein Mann ist ... war ein international anerkannter Künstler. Ein Mord? Nein. Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. War Ihr Mann in der letzten Zeit verändert? Hatte er mit jemandem Streit? Bitte überlegen Sie genau, denn jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Venus Tisip überlegt. Jetzt, da Sie von Streit reden, fällt mir was ein. Ich weiß nicht, ob das von Bedeutung ist. Vielleicht ... Sprechen Sie, Frau Tisip. Erzählen Sie mir, was Ihnen aufgefallen ist. In den letzten Tagen hatte Kasper öfter Streit mit Timo Beil, seinem Galeristen. Einmal hat Timo meinen Mann angeschrien. Haben Sie verstanden, worum es ging? Nicht genau. Es ging wohl um einen Vertrag. Geld. Viel Geld. Ja, das habe ich gehört und Sie sprachen von Enttäuschung und Verrat. Frau Tisip schweigt. Mit einem kleinen Taschentuch wischt sie ihre Tränen ab. Frau Tisip, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank noch einmal, dass Sie kommen konnten. Der Kommissar begleitet Frau Tisip zur Tür. Draußen wartet Timo Beil. Kommen Sie bitte mit. Timo Beil folgt dem Kommissar ins Büro. Kapitel 9 Herr Beil, Sie waren langjähriger Freund und Galerist des Verstorbenen? Wir kennen uns schon sehr lange. Gab es in der letzten Zeit zwischen Ihnen Probleme? Es gab geschäftliche Differenzen. Privat war alles in Ordnung. Erklären Sie das bitte, Herr Beil. Kasper Tisip wollte den Galeristen wechseln. Er wollte in Zukunft mit Cassio Caste arbeiten. Verstehe ich Sie richtig, Herr Beil? Herr Tisip hatte die Absicht, die Zusammenarbeit mit Ihnen zu beenden? Ja. War sonst noch was zwischen Ihnen und Kasper Tisip? Nein. Zwischen uns beiden nicht. Aber seine Frau… Timo Beil bricht ab. Richard sieht Timo neugierig an. Was ist mit seiner Frau? Nichts Bestimmtes. Für ihren Fall ist das nicht wichtig. Naja, ich wollte mit Kasper darüber reden, doch das konnte ich nicht. Er war doch mein bester Freund. Was konnten Sie ihm nicht sagen? Richard bleibt hartnäckig. Seine Frau und Cassio standen sich viel zu nah, um nur Freunde zu sein. Ich habe sie einige Male zusammen gesehen. Sehr intim. Aber das gehört nicht hierher. Sie meinen also, Herr Kaste und Frau Tisip hatten ein Verhältnis? Ja. Wie gut kennen Sie Frau Tisip? Seit elf Jahren. Kasper hat sie nicht sehr oft in meine Wohnung mitgenommen. Sie mag keine Katzen. Sie mag überhaupt keine Tiere. Das passt zu ihr. Sie ist kalt. Wie eine Porzellanfigur. Schön, weiß, glatt, kalt. Trauen Sie ihr einen Mord zu? Ich möchte niemanden beschuldigen. Aber wenn Sie mich so fragen... Ja, ich glaube schon. Sie ist übrigens seit Jahren in psychologischer Behandlung. Wissen Sie warum? Sie kann keine Kinder bekommen. Das macht sie verrückt. Herr Beil, Sie haben mir sehr geholfen. Danke. Richard geht in die Kantine. Er denkt nach. Wenn Venus ein Verhältnis mit Cassio hat, ist sie verdächtig. Venus hatte ein Motiv. Und die Gelegenheit, ihren Mann zu töten. Am Nachmittag wird der Kommissar mehr erfahren. Er hat das Ehepaar Kaste in sein Büro geladen. Kapitel 10 Schön, Frau Kaste, dass Sie gekommen sind. Ich würde gern Ihrem Mann zuerst ein paar Fragen stellen. Geht das in Ordnung? Fragt der Kriminalhauptkommissar, das Ehepaar Kaste. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kaste. Wer könnte ein Motiv haben? Können Sie sich vorstellen, dass jemand Kaspar Tisip töten wollte? Überhaupt nicht. Er war bei allen beliebt. Ich verstand mich besonders gut mit ihm. Vor einer Woche, nein warten Sie, vor 10 Tagen hat er mir ein tolles Angebot gemacht. Ich sollte sein neuer Galerist werden. Es gab da wohl Schwierigkeiten zwischen ihm und Timo Beil. Kaspar hatte das Gefühl, neue künstlerische Wege gehen zu müssen. Das war für Timo eine schwierige Situation. Immerhin haben die beiden über eine lange Zeit zusammengearbeitet. Timo hat gut an Kaspar verdient. Herr Kommissar, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will natürlich damit nicht sagen, dass Timo irgendwas mit dem Tod von Kaspar zu tun haben könnte. Allerdings... Cassio ist nervös. Nach einer Pause sagt er, reden Sie mit meiner Frau. Sie kann Ihnen mehr über die Beziehung zwischen Kaspar und Timo sagen. Schließlich ist sie mit Venus eng befreundet. Vielen Dank für Ihre Offenheit, Herr Kaste. Bitten Sie Ihre Frau in mein Büro. Herr Kommissar, für meinen Mann ist der Tod von Kaspar Tisip ein großer Verlust. Sie haben sicherlich schon gehört, dass mein Mann in Zukunft mit Herrn Tisip arbeiten sollte. Jetzt, da Kaspar tot ist, steigt der Wert seiner Kunst. Wer profitiert Ihrer Meinung nach von seinem Tod, Frau Kaste? Mir fallen dazu zwei Personen ein. Timo und Venus. Sie ist die Erbin. Ihr gehört alles. Sie ist jetzt reich und frei. Barbara Kaste spricht immer schneller. Es kriselte seit einiger Zeit in der Ehe von Kaspar und Venus. Böse Zungen behaupten, dass Venus ein Verhältnis mit meinem Mann haben soll. Ich weiß davon nichts. Barbara wird rot. Sie beißt sich auf die Lippe. Ihr wird klar, dass sie zu viel erzählt hat. Richard lächelt. Er ist der Lösung des Falls einen großen Schritt näher gekommen. Kapitel 11 Richard sitzt im Kommissariat hinter seinem Schreibtisch. Er telefoniert mit Patrick. Du hast mir gar nicht erzählt, was du mit der Affäre Tisip zu tun hast. Entschuldigung, Richard. Das ist ganz einfach. Frau Kaste hat mich beauftragt, ihren Mann zu beobachten. Warum? Frau Kaste glaubte, dass ihr Mann mit Venus Tisip ein Verhältnis hatte. Und? Hatten sie eins? Nein. Es war so. Cassio Kaste wollte die Pizzeria von Venus mit der Galerie zusammenführen. Deshalb haben sich Cassio und Venus mehrere Male getroffen. Darüber war Kaspar selbstverständlich informiert und er hat einige Male an den Treffen teilgenommen. Aber halt nicht immer. Er hatte genug mit den Vorbereitungen zur Documenta zu tun. Das ist ja interessant, sagt der Kommissar. Das ändert die Sachlage. Mir hat eine Person erzählt, Cassio und Venus immer allein gesehen zu haben. Er hat nicht von der Anwesenheit von Kaspar Tisip bei einigen der Treffen berichtet. Neugierig fragt Patrick, wer ist diese Person? Timo Beil. Welches Motiv könnte Timo Beil haben, so etwas zu erzählen? Patrick ist ein wenig durcheinander. Rache, antwortet Richard. Er wollte die Ehepaare Tisip und Kaste auseinanderbringen. Soll er aber einen Mord begangen haben? Wer bleibt dann noch übrig? fragt Patrick. Du denkst doch nicht, dass... Doch, genau das tue ich, sagt Richard. Frau Kaste kommt morgen gegen 11 Uhr in mein Büro. Wenn du Zeit hast... Gut. Bis morgen also. Am nächsten Tag trifft Barbara Kaste im Büro von Patrick Reich ein. Der Kommissar wartet im Nebenzimmer. Die Tür steht halb offen. Kapitel 12 Barbara Kaste hat Platz genommen. Ungeduldig wartet sie, bis sie die Stille nicht mehr aushält. Ohne gefragt zu werden, fängt sie an zu reden. Ich weiß, wer der Täter ist, sagt sie dem überraschten Privatdetektiv. Timo Beil. Er hat Kaspar Tisip getötet. Er profitiert von seinem Tod. Die Bilder und Skulpturen von Kaspar steigen jetzt im Wert. Timo hat seinem Freund nicht verziehen, dass er mit einem anderen Galeristen Geschäfte machen wollte. Patrick steckt sich eine Zigarette in den Mund, ohne sie anzuzünden. Ja, es ist wahr. Timo Beil hat Kaspar Tisip vergiftet. Woher wissen Sie, dass Kaspar Tisip vergiftet worden ist? Das wissen bis heute nur drei Personen. Der Gerichtsmediziner, der Kriminalhauptkommissar und ich, sagt Patrick Reich leise. Barbara beißt sich auf die Lippen. Zu spät. Sie hat sich selbst verraten. Sie bricht in Tränen aus. Nach und nach beruhigt sie sich. Patrick wartet geduldig. Ich höre. Barbara spricht in kurzen Sätzen. Ein Irrtum. Ein schrecklicher Irrtum. Mein Mann betrügt mich mit Venus. Timo Beil hat von intimen Situationen zwischen Venus und Cassio erzählt. Und dann das Parfum, die Telefonate. Ich wollte, dass Venus meinen Mann in Ruhe lässt. Ich wollte Venus bestrafen. Ich wollte, dass das Gift hässliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlässt. Wie bei dem Ukrainer Viktor Yushchenko. Ich tat das Gift in ihr Cocktailglas. Das Glas war für Venus, nicht für Kaspar. Ein Irrtum. Ein böser Irrtum. Ich habe zu viel reingetan. Ich wollte niemanden töten. Wirklich nicht. Herr Reich, das müssen Sie mir glauben. Der Privatdetektiv hat Mitleid mit Barbara. Er denkt an Othello und Estemona. Die Tür zum Nebenzimmer geht auf. Der Kommissar kommt auf Barbara zu. Frau Kaste, stehen Sie bitte auf. Ich nehme Sie vorläufig fest. Bitte folgen Sie mir. Acht Monate später. Cassio hat seiner Frau verziehen. Er besucht sie regelmäßig im Gefängnis. Venus hat sich zurückgezogen. Sie will allein leben. Die Pizzeria steht zum Verkauf. Timo Beil hat die Documenta-Stadt verlassen. Seine Geschäfte laufen gut.